Habe ich es doch gewusst. Eine Sache, die Sie und mich verbindet, ist nämlich das, was hier drin ist, Gold. Und weil Sie, genau wie ich, wahrscheinlich eine riesige Leidenschaft für Gold haben, möchte ich Sie gar nicht lange auf die Folter spannen und Ihnen entsprechend zeigen, was sich hier drin befindet. Dieses wunderschöne Set vom Somalia-Elefanten, also von einer der beliebtesten Anlagemünzen in Deutschland, ist hier in einer 300er Version. Das heißt, diese Ausgabe gibt es nur 300 Mal weltweit und eines davon halte ich hier in meinen Händen. Ich weiß, ich weiß, Sie sind schon ganz gespannt. Wir machen es auch gleich auf. Für all diejenigen, die sagen, das, was ich jetzt hier gleich sehe, das möchte ich sofort ergattern, weil Sie wissen es, die Videos sind aufgrund der großen Zuschauerschaft meist dafür prädestiniert, dass diese Sets sehr schnell ausverkauft sind. Der Link ist unter dem Video. Jetzt schauen wir uns das Ganze aber einmal hier an, was sich hier drin befindet. Und tadaa, Sie sehen zum einen eine Zehntel, eine Viertel, eine Halbe und eine eine Unse in der polierten Platte. Dahinter findet man ein Echtheitszertifikat. Dort steht dann auch nochmal alles drauf. Was sich in dieser wunderbaren Box befindet. Für all diejenigen, die sagen, wow, so tolle Nahaufnahmen kann ich auch. Wir suchen Verstärkung für unser Videoteam. Und wir sind sehr stark am Wachsen, wie Sie es sehen, auch auf YouTube. Deswegen würden wir uns freuen, wenn wir jemanden Motivierten finden könnten, der unser Team hier vor Ort in Villingen-Schwenningen bereichert. Und wenn Sie diese Eigenschaften mitbringen und auch Spaß an derartigen Arbeiten haben, freue ich mich, wenn Sie unter dem Video auf die Stellenanzeige klicken. Jetzt geht es aber weiter und wir schauen uns die Nahaufnahmen dieser Münze mal im Detail an. Zum einen sehen Sie hier im Vordergrund den Elefanten mit seinem Baby-Elefanten. Im Hintergrund die große polierte Fläche. Das macht die Münze auch besonders, denn die Münzen gibt es auch in einer Stempelglanzvariante. Die Stempelglanzvariante ist die typische Anlagevariante, die deutlich günstiger ist. Aber bei der polierten Platte hat man eben die höchstmögliche Prägequalität. Und für all diejenigen, die auf Wertsteigerungen aus sind, ist genau dieses Set besonders spannend. Denn die Vorjahresmotive, wir verkaufen die schon seit 2015 im Online-Shop, liegen teilweise schon über 6.000 Euro. Das heißt, man kann mit so einem schönen Set innerhalb von kurzer Zeit im Vergleich zum Euro, der derzeit groß der Inflation unterliegt, sogar noch Wertsteigerungen erzielen und die Kaufkraft erhalten. Das ist das Allerwichtigste. Und dabei hat man noch was Ansehnliches für die Vitrine, für den Tresor oder den Schreibtisch. Das Besondere an diesen Münzen ist, weil die Frage sehr oft kommt, sie werden nicht in Afrika produziert, sondern in Deutschland. Konkret gesagt beim Bayerischen Hauptmünzamt. Das Bayerische Hauptmünzamt ist prädestiniert für eine sehr hohe Prägequalität. Und die hohe Wertentwicklung kommt auch daher, weil die somalen Elefanten Jahr für Jahr ihre besondere Prägequalität unter Beweis stellen. Der Elefant ist natürlich eines der beliebtesten Motive für Sammler, aber auch für Anleger. Und ich gebe es zu, ich habe mir auch schon meinen eigenen Vorrat gesichert. Deswegen gilt es jetzt, schnell zu sein, wenn Sie eines der besonderen 300er limitierten Sets bestellen möchten. Für all diejenigen, die dieses Set ergattern möchten, hier geht es zum Online-Shop. Dort können Sie dieses Set bestellen, solange der Vorrat reicht. Wir haben von den 300 Sets nur eine kleine Menge bekommen. Die Sets werden zeitnah ausverkauft sein. So viel sei vorweg schon gesagt. Und ich freue mich auch, wenn Sie den YouTube-Kanal abonnieren und bald mal wieder reinschauen. Auf Wiedersehen und Tschüss.